Herzlich Willkommen. Mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem HTML5 Lehrgang für Einsteiger. Wir wollen uns jetzt um das Einfügen von horizontalen Trennlinien bemühen. Wiederum der Hinweis. Weitere Informationen unter www.html5willern.at. Hier kannst du Übungsmaterial näher anschauen und das auch nachlesen, was wir hier im Video auch noch besprechen. Gehen wir also in diese 10. Lektion. Und der wichtigste Begriff, der wichtigste Tag, HTML-Tag für das Einfügen horizontaler Trennlinien ist der HR-Tag. Dieser HR-Tag erzeugt an der Stelle, an der eingefügt wird, eine Linie und soll damit dazu dienen, eben optische Abgrenzung durchzuführen. So ist es keinen Abschnitt machen, darunter wieder eine Trennlinie und so kann man sich dann rascher in deiner Webseite zurechtfinden. Ich schaue mir wieder ein Beispiel hier an. Hier haben wir diese horizontale Trennlinie. Wenn wir aus dem QL-Tag betrachten, in Firefox sieht man das hier durch diesen HR-Tag eben diese Linien dementsprechend erzeugt werden. Wir können das Ganze auch dann in unserem Skriptli anschauen. Und ich habe dementsprechend, das ist da mit, kann man das dann hier anschauen, in der Vorschau. Und könnt ihr natürlich auch dann selber wieder diese HR-Linie dann einfügen, indem ich dann hier hergehe an eine Sätze und habe die Auto, das Auto, da auf eine Vollständigung, könnt ihr sie in der Text hineinschreiben und könnt ihr mit denen dann dementsprechend dann auch wieder einblenden lassen. Das ist dann sehr, sehr rasch gemacht. Das Ganze wird, wie gesagt, wiederum innerhalb des Body-Tags dann eingefügt. Es bleibt mir wieder der Hinweis, hier die Aufgabenstellung unten durchzuarbeiten, um das gerade Erlernte dann festigen zu können.